Samak, wie heißen diese Samak? Oh, ja, vergessen, bei Mukachewa. Nicht so weit von Mukachewa. So, jetzt gehen wir einfach runter. Samak, ja, okay. Sehr schwer, diese 400 Meter laufen. Ah, hier ist ein Parkplatz. Hier war ein Postmann. Hat Papiere kontrolliert, vielleicht. Hat diese Brücke früher weggemacht, wenn, wenn, bei Krieg oder, ja, da niemand konnte kommen. Ich bin hier gewohnt, von Grafen gewohnt, aus Ungarn. Oh, ja. Oh, ja. Schwierig. Aha, Kassa. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Vielen Dank.